Herzlich willkommen zum Informationsvideo der Ternimed Nasenbrille. Sowohl für das Schlafscreening bei den Patienten zu Hause als auch bei der Diagnostik im Schlaflabor ermöglicht unsere Nasenbrille eine genaue und sichere Messung des Atemflusses und des Schnarchens. Der Lyalloc-Anschluss der Ternimed Nasenbrille garantiert eine feste und sichere Verbindung zum Schlafscreener oder dem Schlafdiagnosegerät. Die Nasenbrille ist erhältlich mit vier verschiedenen Schlauchlängen 30 cm, 60 cm, 120 cm und 210 cm. Die Ternimed Nasenbrille ist mit allen Schlafscreeninggeräten, Polygraphie und Polysomnographiegeräten und Staudrucksensoren kompatibel. Der anatomisch perfekte Sitz durch die gebogenen Nasenstutzen sorgt für eine sichere und störungsfreie Aufzeichnung und Messung während des Schlafens. Die Ternimed Nasenbrille erfährt durch Ihren guten Tragekomfort eine hohe Akzeptanz bei Ihren Patienten. Kontaktieren Sie uns, um mehr über die attraktiven Staffelpreise und der schnellen Lieferung zu erfahren. Kommer das Alzheimerverdick-Sitz. Musik 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 Musik